Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um das Thema Brennweite, Grobfaktor und Sensorgrößen der unterschiedlichen Kameras gehen. Wenn du dich auch über das Thema Astrofotografie interessierst, abonniere gerne diesen Kanal, damit du auch künftig keine Videos verpasst. Los geht's, direkt nach dem Intro. Ja, hier habe ich zur Erklärung ein Linsenteleskop mal gesucht im Internet und hier eben das schematische Aufbau. Da seht ihr hier fallen quasi die Photonen herein, da ist dann hier die Linse herinnen und da hinten ist dann jetzt hier der Brennpunkt. Und diese Länge jetzt hier, das nennt man jetzt eben die Brennweite. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Linsenteleskop hat mit 1000 mm Brennweite, dann ist der Abstand eben jetzt hier 1000 mm lang. Ja, hier habe ich mir dann so ein Schema gesucht von einem Spiegelteleskop. Hier ist es ja ganz ähnlich wie beim Linsenteleskop. Da ist eben so, dass eben hier das Licht hereinfällt. Da hinten befindet sich dann eben der Hauptspiegel und der bündelt dann das Licht in Richtung Fangspiegel. Und der Fangspiegel lenkt dann eben das Licht über den ORZ, also über den Auszug hinaus Richtung Kamera. Also hier befindet sich dann eben normalerweise die Kamera. Und hier hat man dann wieder diesen Brennpunkt. Und die Brennweite ist dann jetzt quasi hier vom Hauptspiegel weg gemessen, hier über den Fangspiegel bis da raus, bis zu diesem Brennpunkt. Und das sind dann zum Beispiel auch wieder 1000 mm. Das heißt, je größer die Brennweite von einem Spiegelteleskop ist, desto länger ist dann auch die Bauart von diesem Teleskop. Ja, dazu hier vielleicht mal ein kurzes Bild von meinen 3-Newton-Teleskopen, welche ich eben aktuell habe, wobei der mittlere hier aktuell dann bald verkauft werden wird. Also hier rechts ist mein großer Newton, das ist ein 10 Zoll Newton. Und der hat 1000 mm Brennweite. Und wie man jetzt hier gut sehen kann, hier in der Mitte ist der 8 Zoll Newton. Und der ist genauso hoch oder genauso lang wie der 10 Zoll Newton, weil er eben 8000 mm Brennweite hat. Der Unterschied ist jetzt von diesen beiden dann lediglich, dass eben der 10 Zoll Newton Lichtstärke ist, weil er eben eine Blende von 4 hat, weil er eben einen größeren Durchmesser hat. Und dadurch hat er eben auch hinten einen größeren Hauptspiegel drinnen, was eben mehr Licht sammeln kann. Und bei dem 8 Zoll Newton, der hat eben 200 mm Durchmesser und dadurch hat er dann eine Blende von 5. Also ist eben ein bisschen lichtschwächer. Ja, und dann habe ich mir eben zuletzt noch einen neuen hier gekauft. Und zwar ist das hier ein 6 Zoll Newton. Also der hier hat eben 8 Zoll, der hier 6 Zoll Newton. Und der ist jetzt aber um vieles kürzer, weil eben der nur 600 mm Brennweite hat. Also da sieht man dann richtig stark den Unterschied von der Größe her. Und hätte der jetzt hier zum Beispiel 1200 mm Brennweite, dann wäre der hier natürlich noch um einiges größer. Also so sieht man das eben auch recht gut. Ja, die Brennweite ist ja eben somit ein physikalisches Maß und daher kann man sich das eben ganz leicht ausrechnen. Man braucht eben nur die Öffnung, also den Durchmesser und die Brennweite. Und dann kann man jetzt zum Beispiel wie hier bei dem kleinen Newton, der 600 mm Brennweite hat und eben 150 mm im Durchmesser der Spiegel, kann man eben dann 600 durch 150 rechnen. Und dann ergibt das eben 4. Und deshalb hat der eben eine Blende von 4. Beim 8 Zoll Newton, beim mittleren ist es ja so, der hat 1000 mm Brennweite und hat einen 200 mm Spiegel drinnen, also f5. Und so kann man sich eben das dann auch ganz einfach ausrechnen, wie lichtstark jetzt so ein Teleskop ist. Ja, dann kommen wir nun noch zu den Kameras, weil da gibt es natürlich auch noch einige Punkte, welche ebenfalls eine Rolle spielen. Ja, jeder kennt vermutlich aus der Taglichtfotografie den Begriff Grobfaktor und der besagt im Prinzip einfach nur, dass man eben von einer bestimmten Sensorgröße ausgeht und dann einen bestimmten Bildausschnitt eben damit erreichen kann. Zum Beispiel jetzt bei einer Vollformatkamera, da wird eben davon ausgegangen, dass eben ein Bildsensor 24 x 36 mm groß ist. Und dieser Bildsensor nimmt dann eben einen bestimmten Bildausschnitt bei zum Beispiel 1000 mm Brennweite auf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei meinem Spiegelteleskop, welches sehr effektiv 1000 mm Brennweite hat und ich gebe jetzt hier meine Vollformatkamera drauf, dann habe ich eben einen Bildeindruck oder einen Bildausschnitt, welcher eben 1000 mm Brennweite ergibt. Würde ich jetzt da zum Beispiel eine Kamera mit einem APS-C-Sensor dran geben, welches ja einen Grobfaktor von 1,5 hat, dann hätte ich eigentlich effektiv 1500 mm Brennweite. Also man sieht es jetzt hier, der Bildsensor ist ja doch einiges kleiner, eben APS-C-Sensor und dann hätte ich eben einen Bildausschnitt von 1500 mm. Beziehungsweise wenn ich dann eine Vollformatkamera dran machen würde und ich möchte dann den exakt selben Bildausschnitt wie eben zuvor mit der APS-C-Sensor-Kamera, dann bräuchte ich eben tatsächlich ein Teleskop mit 1500 mm Brennweite. Aber ist das jetzt wirklich so? Also ändert sich jetzt tatsächlich irgendwie die Brennweite, nur wenn man einen kleineren Bildsensor verwendet? Also da könnte man ja dann denken, okay, dann kaufe ich mir halt so eine Nikon P1000 Kamera, welche eben laut Hersteller 3000 mm Brennweite hat. Also die ist jetzt auch einiges handlicher und leichter als jetzt hier zum Beispiel so ein riesen Newton-Teleskop. Also das hat quasi nur 1000 mm Brennweite und dieses kleine Gerät hier hätte dann sozusagen 3000 mm Brennweite. Also da kann irgendwas nicht ganz stimmen. Und in den folgenden Minuten werden wir jetzt drüber reden und ich zeige euch dann anhand von praktischer Beispiele möglichst simpel und einfach, warum eben so eine kleine Kamera vielleicht doch nicht ganz so optimal ist gegenüber jetzt wirklich von einem richtigen Teleskop. Ja, sehen wir uns vielleicht zuerst einmal die technischen Daten von dieser Nikon P1000 an. Also hier seht ihr eben die Auflösung. Das ergibt dann eben 16 Megapixel an Auflösung. Und die Sensorgrößte, das ist ein sogenannter 1,2 Drittel Zoll Sensor. Und der misst 6,17 mm x 4,55 mm. Also wenn wir jetzt hier nochmal kurz den Vergleich hier reingeben mit einer Vollformat-Kamera zum Beispiel, welche ja 24 x 36 mm groß ist, dann sieht man schon, dass der Bild-Sensor von der Nikon wirklich um einiges kleiner ist. Also 6 mm gegenüber von 36 mm. Also der würde dann hier quasi so ungefähr rüber gehen. Mal 4,55 mm. Also ja, ungefähr so wie hier von dem Nokia N8 ungefähr, so kann man sagen. Also dieser, so groß ist halt hier der Bild-Sensor von der Nikon-Kamera und so riesengroß ist dann die Fläche von einem Vollformat-Sensor. Ja, und wie funktioniert das Ganze dann, dass dann doch so ein kleiner Bild-Sensor so eine große Auflösung von 16 Megapixel hat? Ja, da können wir sich das Ganze jetzt hier mal ausrechnen, wie groß da eigentlich so ein Pixel sein darf. Und zwar haben wir ja hier eine Sensorgröße von 6,17 mm und wir haben hier eine Auflösung oder Pixel von 4.608 Pixeln in dieser Länge. Das heißt, ein Pixel hat 0,0013 mm. Beziehungsweise wenn man hier jetzt mal 1000 rechnet, dann sind wir eben in den Mikrometer-Bereich, dann sehen wir jetzt hier, ein Pixel hat 1,34 Mikrometer. Und das ist natürlich schon extrem klein. Also die Pixelgröße beträgt eben jetzt hier 1,34 Mikrometer und dadurch kann eben dann die Kamera die hohe Auflösung von den 16 Megapixel erreichen, obwohl eigentlich der Sensor so klein ist. So, als nächstes können wir sich jetzt noch den Grobfaktor ausrechnen und den rechnet man sich so aus, man geht jetzt hier wieder von einer Vollformat-Kamera aus, also von den 36 mm hier und die Kamera hat ja eben hier 6,17. Das heißt, ich muss jetzt hier 36 durch die 6,17 rechnen und dann sehen wir, hier haben wir ungefähr einen Grobfaktor von 5,8. Beziehungsweise wir können auch mal die 24 durch 4,55 rechnen, dann haben wir einen Grobfaktor von 5,27. Ja, wenn man im Internet schaut, da wird offiziell ein Grobfaktor von 5,6 genannt, also das ist halt so ein Zwischending, das liegt einfach daran, weil halt die Länge und die Breite von diesem Sensor nicht das ganz exakt gleiche Verhältnis von einem Vollformat-Sensor hat. Also gehen wir mal vom Mittelding aus, also eben Grobfaktor 5,6. Das heißt eigentlich, wenn die Kamera jetzt einen Grobfaktor von 5,6 hat, dann müsste man ja eigentlich die 3000 mm durch die 5,6 rechnen und dann hätte die Kamera eigentlich eine Brennweite von 536 mm, also jetzt das optische System. Und wenn wir jetzt hier mal die Kamera genauer betrachten, dann sehen wir auch, wenn wir da mal oben drauf schauen, da steht dann tatsächlich, die Kamera hat eigentlich eine Brennweite von 4,3 bis 539 mm. Das heißt eigentlich, nur durch diesen kleinen Bildsensor haben wir jetzt von diesen 539 mm Brennweite haben wir jetzt einen Bildausschnitt, als hätten wir jetzt eine Kamera mit einem Vollformat-Sensor von 3000 mm Brennweite. Aber es sind halt tatsächlich keine echten 3000 mm Brennweite. Also in Wahrheit sind es eben 4,3 bis 539 mm Brennweite. Also wenn ich jetzt hier die 4,3 mal den Grobfaktor rechne, dann bin ich eben bei der 24 mm Brennweite. Und wenn man eben die 539 mal den Grobfaktor rechnet, dann bin ich auf ungefähr 3000 mm. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ist doch völlig egal, habe ich eben den Vorteil von einem kleinen Bildsensor, dass ich mir eben ein großes und schweres Teleskop ersparen kann. Naja, leider ist es eben nicht ganz so einfach. Also diesen Vorteil von dem kleinen Bildsensor erkauft man sich im Endeffekt durch diese extrem kleinen Pixeln von den 1,34 Mikrometer, was wir ja vorhin ausgerechnet haben. Ja, und diese kleinen Pixel wiederum lassen eben nicht so viele Photonen sammeln, als es zum Beispiel ein größerer Pixel schaffen würde. Ist auch logisch, weil je größer jetzt die Fläche ist, desto mehr Licht kann eben auch auf so einen Pixel drauf fallen. Ja, und des Weiteren, hier steht es ja dann auch drauf, ist eben dann noch die Lichtempfindlichkeit. Hier steht eben drauf, die Kamera, die eine Blende von 2,8 bis 8, das heißt, die 2,8 hat es dann eben bei 24 mm Brennweite und die Blende 8 hat es bei vollen Zoom, das heißt eben bei 3000 mm Brennweite. Und Blende 8 ist dann doch schon relativ lichtschwach und vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesen extrem kleinen Pixeln vom Sensor. Also jetzt hier nochmal zur Erinnerung, hier habe ich 1000 mm Brennweite und Blende F4 und Blende F4 heißt, da geht genau viermal so viel Licht rein wie bei Blende 8. Also da gibt es ja diese Blendenreihe, jetzt im Vergleich zu Blende 8 geht bei Blende 5,6 doppelt so viel Licht rein und bei Blende 4 geht wiederum doppelt so viel Licht rein wie bei Blende 5,6. Ja, ist natürlich klar, jetzt wenn man wirklich helle Objekte damit fotografieren möchte, das ist natürlich kein Problem. Also das wird natürlich funktionieren, wie zum Beispiel der Mond, aber jetzt Deep Sky Fotografie wird damit natürlich nicht sinnvoll sein. Ja, rechnen wir sich vielleicht noch kurz die Pixelfläche aus, um eben hier noch so ein bisschen das Ganze im Vergleich zu sehen und in Relation zu sehen, welchen Einfluss eigentlich die Pixelgröße hat. Ja, wie wir ja vorhin gesagt haben, hat die Nikon P1000 eine Pixelgröße von 1,34 Mikrometer und das ergibt jetzt eine Pixelfläche von 1,8 Quadrat Mikrometer. Ja, jetzt im Vergleich dazu meine Canon Kamera, die 5D Mark IV hat eine Pixelgröße von 5,36 Mikrometer, hat dann im Endeffekt eine Auflösung von 31 Megapixel, weil eben der Sense entsprechend größer ist. Und da hat jetzt ein Pixel eine Fläche von 28,7 Quadrat Mikrometer. Und wenn man das jetzt durchdividiert, dann merkt man, dass die Canon Kamera eine 15,9 mal so große Pixelfläche pro einzelnen Pixel hat, als jetzt zum Beispiel die Nikon P1000 Kamera. Und das heißt jetzt also, dass die Pixeln von einer Canon Kamera in der gleichen Zeit 15,9 mal mehr Photonen sammeln können, als die von der Nikon Kamera. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied bezüglich Bildrauschen, wenn eben wenig Licht vorhanden ist. Und das muss man sich natürlich immer auch vor Augen führen, dass eben etwas größere Pixeln und auch etwas größerer Bildsensor hier schon massive Vorteile haben gegenüber von einem so kleinen Bildsensor. Ja, und das ist eben dann auch der Grund, warum man sich eben so größere Teleskope kauft, um eben auch einen größeren Bildsensor ausleuchten zu können. Also man muss jetzt natürlich nicht so ein Riesenteleskop kaufen. Das ist halt dann einfach Physik. Also wenn man jetzt zum Beispiel 1000 Millimeter haben möchte und eine Blende von F4 und auch die Möglichkeit, einen Vollformatsensor ausleuchten zu können, dann wird man nicht drum herum kommen, um so ein großes Teleskop. Andernfalls natürlich reicht auch ein kleinerer Linsen-Apo zum Beispiel, wie hier der Laserta-Apo. Der hat eben hier 432 Millimeter Brennweite bei einer Blende von F6. Und der hat damals eben auch meine Vollformatkamera eigentlich recht gut ausgeleuchtet. Also da hielt sich die Vignettierung auch noch recht in Grenzen. Und das ist natürlich auch irgendeiner Grund, warum es eben auch Nikon geschafft hat, so ein kompaktes Gerät zu bauen oder so ein kompaktes Objektiv zu bauen, weil dieses Objektiv mit den effektiven 539 Millimeter Brennweite wird natürlich nur genau diesen Bildsensor von diesen 6, irgendwas Millimeter ausleuchten können, aber jetzt eben keinen Vollformatsensor. Das ist klar. Also wenn ich jetzt angenommen, ich könnte dieses Objektiv jetzt irgendwie abnehmen und auf eine Vollformatkamera drauf schnallen, sozusagen, dann hätte man wahrscheinlich nur in der Mitte einen ganz kleinen Bereich, was halt ausgeleuchtet werden würde. Dann hätte man noch so ein bisschen eine Vignettierung und dann wäre es wahrscheinlich schon rundherum komplett dunkel. Ja, um jetzt hier zum Schluss noch zu einem Fazit zu kommen, habe ich hier mal die Andromeda Galaxy M31 geöffnet, was ich eben vor einiger Zeit mit meiner Canon 5D Mark IV aufgenommen habe und mit dem Skywatcher Newton mit den 1000 Millimeter Brennweite. Das heißt, dieses Bildfeld erhält man, wenn man mit einem Vollformatsensor und 1000 Millimeter Brennweite fotografiert, also mit einem Sensor, welcher 36 mal 24 Millimeter hat. Und jetzt mal angenommen, ich hätte damals die ASI 6200 gehabt, was ja auch eine Vollformatkamera ist und die hat eben 3,76 Mikrometer große Pixeln und dann hätte ich zum Beispiel mit dem selben Teleskop und der ASI 2600 die Bilder gemacht, was ja einen APS-C Sensor hat mit auch diesen 3,76 Mikrometer großen Pixeln, dann hätte ich genau diesen Bildeindruck gehabt. Also jetzt statt der Vollformatkamera einen Chip draufgegeben mit einem APS-C Sensor mit dieser Größe, was eben dieselbe Pixelgröße hat, wieder die 3,76 Mikrometer großen Pixel und dann hätte ich eben diesen Bildausschnitt gehabt und was ich euch eben damit jetzt eigentlich sagen möchte, ist, dass dann zwar natürlich die Auflösung von dem gesamten Bild natürlich geringer ist, ist klar, weil bei dem Vollformatsensor, der hat natürlich einfach mehr Pixeln drauf, als jetzt zum Beispiel dieser APS-C Sensor, aber jetzt die Detailauflösung von der Andromeda-Galaxie selbst wäre exakt gleich, weil da geht es nämlich dann um die Bogensekunden pro Pixel und die wären dann in diesem Beispiel, was ich eben gerade genannt habe, exakt gleich, weil einfach die Pixeln exakt gleich groß gewesen wären. Ja, um das Ganze jetzt hier noch zu vervollständigen, habe ich jetzt hier auch noch von der Nikon P1000 den Sensor eben hier eingefügt, also die Sensorgröße hier eingefügt und der wäre eben dann so groß hier und da merkt man dann einfach den Riesenunterschied selbst zu einem APS-C Sensor um wie viel kleiner dieser Bildsensor ist und da tut man sich natürlich wesentlich leichter, dass man da ein kompaktes Objektiv baut als jetzt zum Beispiel bei Teleskopen, welche grundsätzlich für Vollformatsensoren gerechnet sind oder halt zumindest für einen APS-C Sensor. Klar, die Auflösungen, in dem Fall wäre hier bei dem Sensor von der P1000 natürlich höher, also die hat ja hier dann quasi 16 Megapixeln und die Detailauflösung wäre dann natürlich auch höher in dem Bereich, weil eben auch einfach der Pixelscale größer ist, also die Bogensekunden pro Pixel. Ja, und das ist eigentlich dann auch der Grund, warum man in der Astrofotografie keinen Grobfaktor normalerweise verwendet. Ja, also ich weiß natürlich, wenn man jetzt von der Taglichtfotografie kommt, so wie ich zum Beispiel komme auch von der normalen Taglichtfotografie, dann will man irgendwie immer das so vergleichen können mit den verschiedenen Sensorgrößen und damit man zum Beispiel jetzt weiß, okay, ich habe jetzt einen Vollformatsensor mit 50 mm Breinweite und da möchte ich zum Beispiel wissen, bei einem APS-C Sensor, ja, welches Objektiv bräuchte ich da jetzt, um eben so den selben Bildeindruck oder Bildausschnitt erreichen zu können, dann rechnet man da halt immer so um, aber in der Astrofotografie ist das eigentlich überhaupt nicht geläufig, weil da geht es eben dann um die Bogensekunden pro Pixel, weil das ist dann letztendlich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, der mir eben dann sagt, okay, diese Details kann ich von einem Deep-Sky-Objekt oder auch vom Mond oder Planeten oder was auch immer jetzt dann letztendlich erhalten. Und genau darum soll es eben dann jetzt hier im zweiten Teil von diesem Video gehen, da reden wir jetzt dann drüber, wie das Ganze funktioniert mit den Bogensekunden pro Pixel, wie man sich das Ganze ausrechnet, worauf es darauf ankommt und so weiter und dieses Video wird dann kommenden Sonntag erscheinen, je nachdem, wenn du jetzt hier dieses Video siehst, wird es das vielleicht auch schon geben, ich verlinke euch das Ganze natürlich auch unten in der Video-Beschreibung und dann könnt sich eben das gerne dann gleich direkt im Anschluss nach diesem Video anschauen. Ja, damit bedanke ich mich wiederum recht herzlich fürs freundliche Zusehen, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video teilt mit euren Astro-Kollegen und wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, meinen Kanal hier abonnieren und dann hört und seht ihr mich natürlich auch wieder in der Zukunft. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, 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 Bis zum nächsten Mal.